Musik Musik aperture Note Our first session There was a lot of excitement and good energy Players really enjoyed the session Die Surfaces sind qualitativ, es ist schnell, es ist schnell, es ist schnell. Und wir können uns nicht warten für das erste Spiel zu spielen. Das Spiel wird ein bisschen schneller und schneller als die normalen Spiels. Aber die Spieler und die Team werden wirklich lieben, dass wir hier kommen und spielen. Es wird ein schnelles Spiel, es wird schnell, und die Bounds ist anders. Aber ich denke, wir sind alle froh, dass wir unsere erste Spiel hier spielen. Bis zum nächsten Mal.